Ich darf Sie herzlich begrüßen, heute einmal nicht von unserer Soester Domorgel, sondern vom Spieltisch, den Sie hinter mir sehen, der Mühleisenorgel in St. Antonius in Düsseldorf-Oberkassel. Das ist ein relativ neues Instrument dieses Orgelbauers. Sie wissen ja vielleicht, dass die Sanierung im nächsten Jahr ansteht mit eben diesem Orgelbauer. Und deshalb habe ich mir überlegt, dass es für Sie interessant sein könnte, ein fertiggestelltes Instrument dieses Erbauers mal anzuschauen. Und deshalb zeige ich Ihnen jetzt mal hier diesen Spieltisch aus nächster Nähe. Sie sehen, es handelt sich um ein wirklich, wirklich großes Instrument. Es ist das größte Instrument hier in Düsseldorf und ich glaube sogar in der ganzen Region. Wir haben eine Vielzahl von klanglichen Möglichkeiten. Sehen Sie hier das Tableau linker Hand und das Tableau rechter Hand. Da befinden sich Klänge hinter. Es gibt insgesamt über 100 Register. Also die Soester Domorgel hat aktuell 68 und hier sind es über 100. Wir haben genauso wie bei uns in Soest vier Klaviaturen, das Pedalwerk unten und Sie sehen jetzt schon diese ganzen vielen Schwelltritte. Das heißt, dass viele Pfeifen dieses Instrumentes in den Boxen stehen, die man dynamisch öffnen und schließen kann. Das Besondere bei dieser Orgel ist, dass sie aufgeteilt ist. Wir haben hinten im Westwerk, ich schwenke mal hin, das bombastische Hauptinstrument. Das ist auch ein Freipfeifenprospekt, genauso wie bei uns, nur in einer etwas moderneren Gestaltung noch. Dann haben wir linker Hand, rechter Hand, ein kleines weiteres Instrument, das ist die sogenannte Chororgel. Da sind nur wenige Klänge drin, aber die ist dafür zuständig, den ganzen mittleren Bereich hier in der Kuppel mit Klang zu versorgen. Und dann haben wir, als wirkliche Besonderheit, in der Kuppel hier oben, Sie können das vielleicht sehen, da ist dieses helle Licht, da ist ein Löchlein hinter. Dahinter befindet sich das sogenannte Fernwerk, also ganz ätherische Klänge, die von oben herunter gerieselt kommen, sage ich mal. Und dann, last but not least, dieser wunderschöne, wirklich große und bombastische, eindrucksvolle Spieltisch. Es gibt oben an der Orgel, ich weiß jetzt nicht, ob man es sieht auf dem Video, auch nochmal so einen identischen Spieltisch. Und dann gibt es hier diesen beweglichen Spieltisch. Der ist fahrbar, den kann man hier mit diesem Kabel an verschiedenen Stellen in der Kirche anschließen und dann zu Gottesdiensten, wenn der Chor hier unten steht und singt. Oder natürlich bei Konzerten ganz flexibel gestalten, wo man ihn haben möchte und wo man auch als Organist die Orgel dann im Raum erlebt. Und so ist das dann auch geplant, wirklich bei uns in Soest. Also die Hauptorgel haben wir schon, die wird nächstes Jahr dann saniert werden. Es soll unten einen solchen Zentralspieltisch geben. Es soll eine Chororgel geben und natürlich das Fernwerk, wir haben nicht so eine Öffnung, das sparen wir uns. Aber dafür gibt es dann die Fanfare, die dann in der Absis zu stehen kommt. Sie können sich vorstellen, dass man hier Romane erzählen könnte zu diesem wuchtigen Spieltisch, zu diesen vielen, vielen Klangfarben. Ich möchte Ihnen nur einmal etwas zeigen, was mit dem Setzer gemeint ist. Also das Setzen von verschiedenen klanglichen Kombinationen. Sie sehen hier unten diese Leiste. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und Sie hören es jetzt vielleicht schon, wenn ich hier auf diese Taster drücke, bewegen sich die Register. Das heißt, ich kann hier, ich weiß gar nicht, wie viele Kombinationsmöglichkeiten es hier an der Orgel gibt, aber mehrere tausende Kombinationsmöglichkeiten einstellen, einspeichern und dann über diese Taster hier unten abrufen. Und das planen wir in Soest auch. Das ist bei einer Orgel dieser Größe auf jeden Fall sehr wichtig, das zu haben. Dann gibt es hier einen Rücksteller. Das macht alles aus. Der macht alles aus. Ja. Und es gibt natürlich gerade im technischen Bereich hier so viel zu entdecken. Vielleicht mache ich nochmal ein Video, komme nochmal an diese schöne Orgel. Und jetzt möchte ich Ihnen aber Musik vorspielen. Musik von Tilman de Susato, also Tilman von Soest, einem Renaissance-Komponisten. Er hat drei Tänze geschrieben und ich habe diese Tänze jetzt aufgenommen für Sie. Ich werde die Hauptorgel spielen, ich werde die Chororgel spielen und auch das Fernwerk spielen. Und Sie können mal lauschen. Ich hoffe, das kommt bei der Aufnahme rüber, dass Sie diesen Unterschied hören, wo kommt der Klang gerade her. Und Sie werden dann auch sehen, dass ich über die Manuale das verteile, die Musik. Viel Vergnügen damit. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020